So, wir sind wieder bei derselben Stelle ungefähr, aber diesmal etwas weiter rechts, damit wir nicht von den Wachen gleich gesehen werden. Ja, da sind sie. Alle drei. So, alle drei auf dem Haufen. Ah, aber bevor wir irgendwas machen, guck ich mal kurz... Nee, da wollte ich nicht hin. Waha, was? Äh, ob wir die Double Assassination von oben runterspringen haben. Achso, ob wir die haben. Ähm, nee, bei Stealth. Doch, die haben wir. Ja. Gut, dann mach ich die dabei. Wo, als hätten wir das gekauft vor einer Weile. Weil es ist doch eins von den, ähm... Achso, du meinst eins von den Challenges. Von den Herausforderungen. Irgendwie ist hier grad... Das sieht man nicht, ne? Also wir sehen grad was, was ihr wahrscheinlich nicht sehen werdet. Da. Ja, müsst ihr zeigen. Ihr seht mich nicht. Jetzt. Der guck noch. Ups. Oh, der schießt sogar. Oh, ich wollte Double Assassination. Kannst du doch immer noch machen, sobald der wegguckt. Ja. Jetzt, okay. Guckt er denn in welche Richtung? Jetzt guckt er weg. Jetzt guckt er weg, ja. Ah, jetzt geht der weg. Ah, dann mach ich halt den dicken. Ist das ein dicker? Ja. Ich glaub schon. Ja, der hat so ne Mütze auf. Dann mach ich das hier. Warte, 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 äh... Ne, verschwendest du doch nicht dafür. Wir haben doch nichts dafür. Einfach recht dran. Ja, pass auf. Ja. Oh, der steht da. Vielleicht den zuerst, ja, weil der Schauschütz ist. Ja. Sehr schön. Ach so, jetzt kannst du ja auch dieses, äh, gedrückt halten. Mhm. Aber ich vergesse nicht immer, dass es das gibt. Okay. Ähm, ne Panflöte. Warum hat denn ne Panflöte? Ja, du wunderst dich ja auch immer, warum die irgendwie so komische Sachen wie einen Faden dabei haben. Ja. Na ja, ist doch komisch. Oder welche Kräuter? Äh, den dritten hast du noch nicht gelupen. Muss ich ja nicht. Äh... Muss ja nicht alles lupen schieben. Doch. Alles muss gelupen werden. Man kann nicht immer alles lupen schieben. Äh... Ja, man kann auch nicht immer alle Kisten aufmachen. Doch, das kann man. Ähm... Ist hier irgendwie einer, dass ich schon mal die... Glocke... Der kommt gerade her. Ja, deswegen. Ich warte mal lieber. Aber er geht... Du kannst den auch eher assassinieren. Auf die entfernen doch nicht. Ne, ich dachte vielleicht kommt der soweit, aber tut der ja nicht. So. Dann sabotieren wir die mal erst. Ha! Und dann gehen wir rechts zu der was auch immer Opportunity. Okay. Oh, wir müssen ihr Geld bezahlen. Kannst du nicht? Ja, mach mal. Bride for washer. Ja. Okay. Okay. Jetzt können wir da bestimmt rein. Ja, aber ich würde die andere Möglichkeiten noch... Hm? Ähm... Assassination Opportunity. Also guck mal, wir sind doch gar nicht im Sperrgebiet. Ich könnte einfach hier... Aber Wachen sind da fest. Ja, ja, ja... Ich passe auf. Nein, 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 nein... Ähm... Ähm... Es ist die zweite war auch nicht wieder hinten... ...und ich weiß nicht wie viele. Was ist denn das andere? Ach, die Assassination Opportunity, die lasse ich mir natürlich nicht entgegen. Gott, guck mal, wie viele da drin sind. Das ist ja nicht deren Ernst. Irgendwoher muss ja die Zahl von 69 auch kommen. Wie kommst du denn da hin, ohne gesehen zu werden? Naja, ich lauf da rum. Und da stehen ja Leute vor der Tür, da kann ich ja einfach so tun, als wäre ich. Achso, du meinst in der Masse untergehen. Ja. Ich will keinen Spaß haben. Nein, nein, nein. Ich will keinen Spaß haben. Nein, nein, nein. Stier, ich soll mal spielen. Verdammt. Ah, irgendwer sieht mich. Aber jetzt sieht er dich gerade nicht mehr. Wo ist eigentlich so入ert? Ich muss noch spielen. Ich kann mich näher nehmen. Oh, das wird ja… Stopp. Ja. Oder Kling? Ach nee, das ist Kling. Das ist Kling. Der hat den Kling. Ist der? Nicht der, aber der, aber der, vor dem du stehst. Welcher ist es denn? Ach nein, das war... Du musstest nur die Sache von da stehen. Das war gar keine Person. Das liegt da. Ich seh's nicht. Ich seh's nicht. Wo soll ich denn hier was stehlen? Ja, wahrscheinlich geht das jetzt auf Wartier mehr. Ja, im Moment sowieso nicht. Ich glaube, das ist mehr alt. Das soll sich mal wieder abreden. Oh, guck mal, wie viele hinter mir herrennen. Und da wollen wir dich probieren. Mann, unser schöner Plan, der hier vielleicht von vorne reinladet. Ja, aber ich wollte doch die Assassination abgeschütteln. Ja, kannst du auch immer den machen, wenn du dich erstmal in die Zeit gehst. Ja, auf den Beinen soll ich stehlen. Ach so, genau. Das war ja dieser Typ, der da den Bein gebracht hat. So, der Sequenz. Haben die sich alle wieder abgefegt? Ich glaube, das ist mal lauf ich von oben so übers. Ja, genau. Wenn du von der anderen Seite kommst, ist es glaube ich besser. Ja, und dann auf der linken Seite von dem Haus. Ich darf doch nur hier lang. Ich bin meilenweit entfernt von dem Haus. Und trotzdem nur diesen Gente. Ja, das sind vielleicht auch einfach die normalen Straßenlöcken. Hier ist eine Glocke, wo ist denn die Glocke? Äh, da oben. Da, ne. Die interessiert dich jetzt nicht. Das ist ja schließlich im Gebäude. Würdest du nicht erstmal noch ein bisschen rumlaufen, bevor du da reingehst? Ich habe einen Plan. Mal sehen, ob er so gut ist, wie der die letzte mal hat. Ja, guck mal mit dem Adler auf. Hier ist keiner. Da oben ist jemand. Ich von hinten. So. Da unten sind. Drei. Wieder drei. Er ist genau so aufgebaut wie das letzte Mal. Hier auf der anderen Seite, ja. Jetzt wieder ein dicker. Cover, cover. Der Typ ist so tief. Aber diesmal mache ich wirklich einen dicken. Das ist mir nicht so tief. Na gut. Einfach mal. Hat es schon. Wie war das nochmal? Welche Taste du nicht drücken? Ähm, halten und dann den Trigger. Der soll sich nicht bewegen. Und jetzt beobachten wir das Schauspiel. Oh, der hat sogar sogar einen Finger. Der bringt erstmal seine Kollegen rum und dann kann er mehr deswegen ständig ihn erschießen. Ne, die sterben ja danach sowieso von allein. Ne, ich glaube die laufen nicht so rum, wenn sie nicht tot sind. Beim letzten Mal sind die mal gestorben von allein. Ich glaube da haben die Wachen die umgebracht. Wenn gar keine Wache mehr noch lebendig war? Das bringt halt deine Kollegen rum. Die sind stärker als er, ne? Ja, aber dabei ist ja ein fetter Fünfer. Komm mal, einen hat er schon. Ja, das war ja auch der Schafritze. Der ist ja sowieso nicht so stark. Aber meinetwegen kann auch der andere den Dicken umbringen, weil der hat dann auch nicht mehr so viel gestimmt. Spannend. Na komm, Digger. Boah, ey. Der andere ist zu gut im Verteidigen. Vielleicht auch ganz schön viel Leben, das sieht man ja nicht. Ja, der trifft ihn ja nie. Pariert ja immer. Ach, jetzt kommt er. Ja, der Dicke wird zuerst sein. Der schießt ja eigentlich immer. Siehst du da irgendwo jemanden? Ach, ne, keine Ahnung. Ich höre immer Schüsse. Na, na? Jetzt hat der gerade einen Lauf. Okay, na, den mache ich aber von oben. Platt. Na toll, der hat jetzt seinen Kumpel erschlagen und er fühlt nicht mehr etwas dabei. Ja. 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 Looter, looter alle. Ah, das ist ja gut. Wer ist Gianni? Mein Name ist Xiaohili. Und darf ich sie bitte looten? Darf ich sie looten? Sehr nett von dir, dass du fragst. So, jetzt ist das genau unter uns da. Ach, da ist ne Kiste. Denkst du, die habe ich gesehen beim letzten Umfeld und breit? Keine Wache. Na, links ist eine. Die läuft gerade weg. Hast du den Heuhaufen irgendwo? Da hinten, aber da kannst du nicht reinspringen. Also lass dich einfach runterhangeln. Oder lass dich runterkreiseln, wie ich sage. Oh, da sind wir. Ich verstecke mich erstmal hier. So, dann sondiere ich nochmal die Lage. Also hier ist der Bein. Genau. Da sind zwei Wachen, die gucken. Die gehen gerade weg. Okay, dann ist jetzt die beste Wache. Ja. Okay, das Karma bauen nicht vorhin das Symbol. Du standest ja exakt da. Weil wir gerade in einem Konflikt waren. Ja toll. Nee, aber ich meine, als du da rangegangen bist. Ey, geh da rein, geh da rein. Als du da rangegangen bist. Geh da rein, bitte geh da rein. Ja, ich weiß. So. Dann gehen wir mal durchs Fenster, ne? Was wir uns vorhin haben öffnen lassen. Und zwar da oben. Mhm. Gut. Ja, wir können auch jetzt rüber gehen, oder? Nee, ich geh da nicht nochmal durch. Ich mein, ich mein über das Gebäude rüber gehen. Ja, ich klettere hoch. So. Komm ich auch da hoch? Ja. Na, sollte gehen. Da. Wenn sich die Steuerung nicht wieder dagegen stellt. Na, ich würde da... Ja. Schön stand hier, glaub ich, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Keine da? Ja. Sonst stehen noch so viele Leute auf dem Dach, aber... Die stehen alle drinnen. So, wo ist denn das da? Und rein mit dem Arm hoch. Okay, das hat noch keiner. Ja. 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 Oh, da machen wir weiter. So. Ich hab immer noch nicht den Tür... Nee, das ist nur der... Aber wenn das schon der Secret-Eingang ist... Ah, da ist auch ne Tür. Da ist auch ne Pic-Tür. Ja, ich glaube, da musst du dich jetzt durchassassionieren. Ja. Ist ja kein andern Weg. Ist das einer? Guckst du außen rumlaufen? Nee. Weißt du, wenn du rechts da guckst, da ist das so ein Gang. Stimmt. Glaub ich mal da... Ah, da guckt einer. Also... In meine Richtung. Okay, das ist hinter der Wand. Da guckt einer. Hm. Ich kann ja zu mir herlocken. Hallo. 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 Hey. Ich hab mich geheilt. Was? Idiot! Das war eine Sekunde zu spät. Das war für mich doch geil. Erst hat der überhaupt nicht gemerkt, dass ich da bin und der war schon rot. So ein doofer Trottel-Arsch. Blödi-Jahn. Wachen-Typ. Aber den Wein haben wir jetzt gespürt. Den anderen haben wir gar nicht gesehen. Na doch. Aber der hat uns eigentlich nicht gesehen. Der hat uns eigentlich nicht gesehen. Der ist nur losgelaufen, weil der andere losgelaufen. Das machen die doch sonst nicht. Die können nicht mit dem Spiel die Regeln verändern. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Sonst kann man ja gar nicht mehr die Einzelnen so anlocken. Wenn da immer gleich alle kommen. Wir entschuldigen grad. Wir versuchen grad unser schlechtes Können damit zu erklären, dass das Spiel schlicht programmiert ist. Entweder die sollen es von Anfang an so programmieren, dass die KI intelligenter ist. Auch was und nicht mal die Assassination Opportunity ist. Oh. Die haben wir doch aber. Das ist so ein normaler Typ. Das ist ja gemein. Im Wein. Ja. Jetzt wissen wir ja wie es geht. Wir müssen die drei Leute da umbringen. Und dann können wir da runterklettern. Wenigstens genug Probe. Ja komm, das kann ich doch. Nee. Weg. Ein Gentleman wieder. Die Karin hier. Arno ist doch kein Gentleman. Oder? Ja, du meinst ein Gentleman knattert nicht im Heißtuchballon? Hat dem leider doch nicht geknattert. Die waren doch komplett angezogen. Was soll denn das für ein Sex gewesen sein? Du, es gibt Leute, die haben immer angezogenen Sex. Ja, aber wie soll denn da das Ganze zusammengeführt werden? Weißt du, was ich meine? So ganz verstehe ich das nicht. Ich meine, die haben sich auch beim Küssen nicht berührt. Achso, naja gut, ja. Aber trotzdem komisch. So, hoffentlich geht es diesmal schneller. Nein! Ich hab grad noch geschafft. So, das können wir ja dann vorspulen. Jetzt beobachten wir wieder das beeindruckende Naturschauspiel. Doch, das ging jetzt diesmal schneller, weil der andere den nicht gesehen hat. Wenn der Dicke noch nicht immer so langsam wäre. Na, die Dicken sind da langsamer. Aber da sind sie richtig kräftig. Aber eigentlich, ich meine, du kannst doch jetzt schon runter. Aber die beachten dich doch gar nicht. Meinst du? Oh mein Schiss. Ich weiß nicht. Vielleicht nicht so von da auf der anderen Seite. Von hier so was. Dann hier rüber. Nein, du sagst ruhig. Ja, die Dicke. Ja, wir sind da doch mit sich beschäftigt. So. Pass auf, da unten ist gleich der Gang. Ich will da hin. Ja. Hier ist besser. Was steht denn jetzt ne Wache? Ich bin doch früher nicht da. Oh, ne? Halt ihn wegnehmen. Da geht irgendwas. Da ist wieder irgend so ein Zufallsevent ausgebrochen. Nette. Aber jetzt geht der gerade weg. Aber doch nicht. Ich weiß nicht. Das war früher nicht. Da waren alle entspannt. Oder das ist deswegen da oben. Weil da oben was abgeht. Na, vorhin ging es ja auch ab da oben. Ja, aber da haben wir doch gewartet, bis die schon tot waren. Und dann war doch nichts mehr los. Mal, jetzt gucken sie ja alle da hoch. Stimmt. Ach, der lebt ja noch. Aber die leben ja noch. Ne, ne, nur der Dicke lebt. Siehst du das? Der hat den anderen umgebracht und läuft jetzt da so orientierungslos durch die Gegend. Hm. Wie so ein Ork oder so. Ja. Na ja, guck mal. Aber die anderen, was machen denn die unten? Ja, die zeigen die unten. Mist. Ich kann halt nicht da runter. Dann bring ich den halt um. Ja. Alles muss man selber machen. Wie ist er denn da? Guck mal, du kannst dich vielleicht so heranschleichen. Hm. Hm, ne. Der bewegt sich aber einfach. Wie bewegt der sich denn? Na ja, ist im Kampfmodus. Stimmt. Na ja, rennen einfach auf den Zoo und dringen ihn um. Ich mach ihn von oben kalt. Oder so. So. Hammer. So, jetzt haben wir Ruhe. Kinder, Kinder. Ja. Guck, jetzt sind die da alle normal. Ja. Das ist ja lustig. Hey, das war wirklich wegen der Action da oben. Ich muss nur warten, bis der hier weg ist. Aber theoretisch, theoretisch kriegen die das sogar nicht mit. Na ja, anscheinend, wenn da Schüsse fallen, schon. Ja. Ja. So. Die Lage sind hier. Deco-Pack. Sonst keiner da. Ich stehle den Wein. This may come in handy. This may come in handy. Hochklettern. Bevor sie mich entdecken. Aber sie haben mich schon entdeckt. Aber sie schießen noch nicht. Poison assassination available. Aha. 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 Also machen wir jetzt Gift in den Wein rein? Oder wie? So, dann musst du um die Ecke. Mal gucken, was weiter passiert. Um die Ecke. Genau, jetzt müssen wir wieder zurück zum Fenster. Und diesmal machen wir nicht, was wir vorhin gemacht haben. Oh, das darfst du dann machen, Gia. Ich renne jetzt nicht zu der Stelle, wo wir ins Fenster reinspringen. Ja. Und dann übernehme ich dann. Und du meuchelst dich dann durch den Gang. Ich finde es so schade, dass man hier nicht speichern kann an der Stelle. Ja, geht halt nicht anders. Weil dann müssen wir jetzt nur diesen blöden Wein nochmal holen. Ja. Ja. Okay, na gut, bis zur nächsten Folge. Bis dann.